Okay. Sollen wir starten? Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und willkommen zurück zu einem neuen Video. Nein, was mache ich denn? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen, wunderschönen Zweitkanal, der da heißt... Rezo. Ja. Lol. Ey. Wie ihr merkt, machen wir heute ASMR. ASMR. Und der liebe TJ, der hat uns ganz viele Gegenstände so vorbereitet und reicht uns die gleich rein. Und dann machen wir damit ein bisschen ASMR. Ich freu mich voll. Ich freu mich auch. Das fühlt sich so abgefahren an. Ich hab das noch nie gemacht. Am besten, wenn ihr die krasseste Experience hier haben wollt, müsst ihr natürlich auch Kopfhörer aufziehen, weil das fühlt sich dann nochmal ein bisschen geiler an. Um unsere Stimmen ganz nah an eurem Ohr zu haben. Ja. Ich hab einen schönen Pringles hier. Ja. Ich bin so aufgeregt. Das ist der beste Druck in meinem Leben. Willst du, soll ich machen? Wenn du hören würdest, was wir hören. Und jetzt? Wieso hört sich das alles so krass an? Ich check's nicht. Das ist so geil. Ey, das ist zu heftig. Für dich ist das nicht krass, ne? Das ist das weirdeste Video für dich aller Zeiten. Wenn die gerade so über das Stonebett und zum ersten Mal in meinem Leben Chips essen. Ja, Mann. So fühle ich mich aber auch. Ganz im Ernst. Das ist auch einfach, man lacht, obwohl man Chips isst. Das ist so richtig weird. Ja. Oh, Mann. Das ist so krank. Diese zwei Chips aneinander. Wow. Ne, aber mit der bearbeiten. Really. Also das ist heftig. Nimm mal. Hallo, DJ. Ich geb dir jetzt die Chips Experience. Ist geil, oder? Ich fühl mich so leicht sexuell belästigt. Ey, DJ. Warum wird DJ immer so sexuell belästigt? Ich hab schon... Was ist denn da eigentlich los bei denen auf der Arbeit? Ich kenn's dir. Ja, auch. Danke. Iva, hast du gestillt. Hast du gestillt? Wieso machst du sowas? Wieso machst du sowas? Iva in meinem Mut. Ja, DJ war in der Mut. Und dann fängt er einfach unkontrolliert an zu stöhnen. Puh. Das ist dein neues Ding. Glaub mir. Wenn ihr ein Date mit DJ habt. Ganz nah an sein Ohr und dann Chips essen. Mmmmm. Bist du bereit für den nächsten Gegenstand? Ich bin immer bereit. Aber so. Boom, ready? Ah. Alter. Boah, wenn ihr das Video schneidet. Die ganze Zeit hör ich so vom Tisch nebenan. Und dann so. Mmmmm. Ah. Und Unge sagt sonst wieder, ich würde dich sexuell belästigen. Ist andersrum, Unge. Ist andersrum. TJ sexuell belästigt mich den ganzen lieben langen Tag. Also das macht mich schon ziemlich geil. Ist richtig geil, ja. Puh. Wir werden so weirde DMs bekommen nach diesem Video. Da werden wieder so viele Freaks kommen. Ja, safe. Können direkt hier nach, können wir direkt so ein Instagram-Nachrichten-Video wieder drehen. Oh, ja. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Das sind so, so Perlen. I'm sorry. Okay, wir müssen erst mal klären, was das ist. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Das sieht geil aus. Ich will es anfassen. Das sind diese Dinger. Diese Perlen, die man in Wasser tut. Und dann werden die so größer. Oh mein Gott. Das hört sich sexuell an. Woah. Ich hab drauf gedrückt. Irgendwie ist das voll befriedigend. Sehr. Das ist richtig. So reinzufassen. Ey, kein Scheiß. Wir kriegen definitiv weirde DMs hier nach. Safe. Ist das Bubble Tea? Ich glaub nicht. Ist das Bubble Tea? Ich glaub, essen kann man das nicht, oder? So genießt. Einmal hab ich wunderschöne Äpfel für euch. Danke sehr. Geil. Okay, ich beiß jetzt einfach rein. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist viel zu krass. Das ist so Atemgeräusche, Schmatzgeräusche, alles. Boah. Der das ausgehalten hat, gerade mit Kochfohren. Hu. TJ, wenn du hören könntest, was wir hören, würdest du stöhnen. Ich mach mal ganz viel. Wahnsinn. Insane. Ich muss kurz klarkommen auf mein Leben. Hu. Hu. Jana. Bist du bereit für die nächste Runde? Was wird denn die nächste Runde sein? TJ. Gib uns mehr. Gib uns mehr. Mehr? Ja. Wir wollen mehr. Wir wollen alles. Ist das ein Glo? Ja. Hier. Walden. Ich hör, jeder Schritt von dir hört sich an, als würde hier ein Elefant durchlaufen. Joo. Tschüss. Zu Jurassic Park. Das ist voll gruselig. Hör auf, hör auf. Hä auf. Ich mein jetzt ganz ernst, lass das jetzt sein. Das ist wirklich stressig. Ich erklär mal kurz. Wir haben pinke Kacke. Wir haben pinke Kacke und so ein Plastik-Klo. Wenn wir das jetzt ein tun und dann drücken... Ohne sowas! Ohne sowas! Nein, nein, nein! Alter, das ist so... Ey, das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Ich fand das Furzgeräusch gar nicht so schlimm, aber dieses Schmatzen, das ist das Ekelhafte! Nee, das will ich nicht in meinem Gehörgang drin haben. Gut, nächstes! Er kann auch mal so awesome Erkältung machen, mit so Nase putzen und husten. Ganz nah ran und dann so richtig laut husten. Wer dafür ist, dass Reece und ich zusammen meinen ASMR-Channel aufmachen, lass deinen Daumen nach oben drauf. Jeden Tag! Jeden Tag! Einfach nur so... Was fandst du bisher am besten? Ich glaube, die Chips haben mich am meisten geflasht. Vielleicht gibt's noch mal bessere Chips. Doritas! Wow, was kann ich eigentlich? Du genießt das so richtig, so mit Augen zu so... Ich nehme mal ganz viele. Ja! Ich schwöre, ich hab das Vibrieren davon gerade gespürt, als ich meine Hände hier dran hätte. Puh! Okay, nächste Sache! Edna Gurke. Was sollen wir denn mit der Gurke machen? Hä? Soll ich einfach reinbeißen? Aber bitte! So, damit auch richtig viele Memes entstehen! Dieses Ding in deinem Mund-Taste! Beinblätter nicht! Das ist gar kein Bein! Okay, ich beiß mal so rein. Da kann man nur eine Querflöte draus machen. Äh, das ist so schmatzig! Boah! Krass! Warte! Warte! Kann man die brechen? Ja, safe! Ich glaub, es bleibt rübersteuert jetzt! Aber gar nicht! Wir haben so viele Sachen, das ist so geil! Okay, wir machen mal mit was anderem weiter! Ja, geil! Boah! Aber ich will da so reinbeißen! In das Ganze! Bitte! Ein bisschen Gewürz noch! Jetzt haben wir die Nudeln! So breiter! Das riecht jetzt auch noch mal geil! Ich würd gern meine Hände anziehen! Boah! Ich hab hier Pulver im Auge! Boah! Ich bin so dumm, ne? Mach diese Dinge nicht zuhause nach! Genau aus solchen Gründen! Die ist heute aufs Maul bekommen! Aber sagts keinem! Es tut mir so leid, was wir mit deiner Wohnung gemacht haben hier! Das ist so schlimm! Ja, wir sind ready für das Nächste! Ja! Ahoi, Brause! Wirklich jede Reaktion hier in dem Video ist, als ob wir heil wären! Soll ich ganz reinmachen und dann brausert das nochmal? Boah, ja! Und dann geh ganz dicht ran! Boah! Alter! Kleine Vorwarnung! Ja! Verträgt's nicht so gut mit dem Chili! Tut ein bisschen weh auf der Zunge gerade! Soll ich mal einfach so anfangen zu stöhnen in diesem Mikrofon? Das hat TJ ja schon gemacht! Das klingt wie so ein Laser! Was für ein Laser! Filme von Tod können wir auch noch! Ja, was können wir weiter machen? Ja, von mir aus auch! Grapefruit? Nein, Grapefruit! Erstmal abmachen! Das klingt geil! Schneid den nicht in die Finger! Hast du ins Auge bekommen? Hast du so einen kleinen Tropfen? Aber alles gut, alles gut! Okay, okay! Was soll ich jetzt machen? Das ist wieder so sexuell! Das ist wieder so sexuell! Einfach! Boah! Das war's jetzt mit ASMR! Das war ein gutes Ende! Alles ist eingesaut! Wir sind eingesaut! Die Wohnung ist eingesaut! Erfolg! Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da! Und vergesst nicht den Abonnal zu kanieren, damit ihr nichts mehr verpasst! Schaut auf jeden Fall bei Diana doch auf dem Channel vorbei! Und auf Instagram! Bei Instagram bin ich auf jeden Fall aktiver! Wir sehen uns nächste Woche! Auf Wiedersehen! Tschüss! Auf Wiedersehen! Tschüss!